hey sehr und konnisch war hier ist wieder euer keanu zurück mit let's play a way out ich kommt es mir gerade am kopf mit dabei der raffi denn sie sind ja nicht am kopf kratzt okay so wir sollen ja jetzt hier okay ich habe eigentlich gedacht wir stürzen ab gehört sind wir nicht dann läuft jemand wahrscheinlich muss hier einer dann wache stehen da steht auch einer okay na gut merken uns das einfach mal hallo so stehlich doch ok aber nicht rein ich wollte noch gucken ok Ja. 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 Super. Hast du gut gemacht. Super Aktion. Ja dann. Ich kann die Uhr nicht nachher. Ja. Ja. Was ist das denn? Kann ich ein bisschen Licht hierher bekommen? Ja dann. Was haben wir hier? Da kann ich auch gucken. Mhm. Was haben wir hier am Boden? Achso. Da geht's zurück. Achso stimmt. Hier war ja da. Ja ja genau genau. Müsst wahrscheinlich da hinten da gucken. Da. Da ist was. Da ist was. Taschellampe. Komm mal so einfach. Was ist ein Zufall? Ey jetzt wüsst du wo ich hier runtergekommen bin. Ach da hinten. Ich bin jetzt nass. Wie in der Hölle hast du da endet? Ich habe gerade ein bisschen zu der links. Was? Was? Es war alles nass. Das ist weshalb wir ein bisschen Licht brauchen, Leo. Smartass, hm? Ich bin gespannt. Du denkst, dass du ein nasseres Bereich ist nass. Ich bin gespannt. Es ist lockt. Was? Ich bin gespannt. Wie? Ja. Ja. Facts. You're waiting in actual shit. Fuck you, man! Ah, da. Okay, ja. So, einfach den kompletten Weg hier lang. Komm mal mit. Ach, da... Okay, da geht's doch weiter. Geh... Geh da da oder so? Kommst du da nicht hier lang? Nee. Aber der Weg ist eindeutig frei. Ja. Nee, ich kann nicht. Der geht automatisch zurück, oder wie? Doch, kommst du weiter. Was erzählst du da? Wo denn? Nicht doch gar nichts. Das ist nicht klar. Hier, 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 wo ich stehe. Einmal rumdrehen. Geh zurück zu dem Gitter. Guck mal, wo ich hier stehe. Bei mir, auf meiner Seite. Hier unten brauch ich das Licht. Ohne Licht kann der das Ding nämlich nicht drehen. Sag das doch. Das hab ich. Ja, zu spät. Ja, zu spät. So, jetzt... Bin ich... Bin ich... Taschenlampe nehmen, okay. Jetzt musst du mir die Taschenlampe rüberreichen. Ach, da bist du jetzt. So. Ist da irgendwie was zu tun? Ähm... Ich kann mich hier durchquetschen, auf jeden Fall. What the fuck? Was hat... Okay, da komm ich wahrscheinlich nicht mehr durch. Wahrscheinlich heißer Dampf. Ich seh dich, da nicht seh ich. Shit. Na. This should work. Yo. Und... So. Dankeschön. Kommen Sie durch, mein Herr. Gentlemen. Dankeschön. Dankeschön. It's locked. Vincent, help me. Wahrscheinlich müssen wir gleichzeitig. Ja. Drei. Zwei. Eins. Go. Wow, das war perfekt. Woh lang wollen wir, links oder rechts? Du darfst mir entscheiden. Rechts. Ich fühle mich irgendwie wie bei Silent Hill, ey. Okay, hier ist ein Stuhl. Ah. Ich seh nix mehr. Bin blind. Toll. Ach da. Okay. Ist hier irgendwie was zu machen? Nein. Okay. Ne. Oh. Shit. Das ist noch kein Alarm ausgelöst worden ist. Ja, ja. Da oben? Irgendwo? Es ist so leise sein, so vorsichtig. Was haben wir denn hier? This way. Oh fuck. It's too high, man. And nothing to climb on either. Ah. Just was kommt. Die Szene kenne ich aus irgendeinem Trailer, glaube ich. Ja. Ja, ich wusste es. Wie ich uns kenne, wird das schief laufen, irgendwie. Haha. Es ist zu hoch, Mann. Und du musst das als Kind immer alles machen. Du bist verrückt. Du bist verrückt. Genau. Und. Oh, jetzt muss ich auf dich warten. Okay. 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 Jetzt musst du auf mich warten. Okay. Okay. Ah. Shit. Oh, meine Fresse. Ich warte mal. Ah. Ich frage mich, was das für ein Kraftakt in den Armen sein muss. Nicht nur da. Du bist übrigens für so schnell. Ha. Oh, fuck. Fuck. Haha. Also als Spittes ist es da, habe ich abgestürzt. Weil da irgendwie die Kraft weg wäre. Ja. Wollt ihr da wieder runterklettern? Oh, bitte ey, wirklich? Umsonst hochgeklettert, super. Und noch mal runter und dann später noch mal hoch. Jetzt sind wir wieder im Gefängnis oder was? Weil wir diesen dummen Schraubenschlüssel brauchen. Ich könnte das all den Tag machen. Hey, hey, was willst du? Was willst du? Ja, was willst du? Ich kann nicht sterben, wenn du so bist. Ähm, ich glaube, du kannst dir den Schraubenschlüssel holen, der da liegt. Oh, Mann, oh, ich wollte den ein bisschen. Nein, 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 ein Date. Ich muss den Date wissen. Oh, okay, okay, Mann. Du verlierst den Schraubenschlüssel hier. Das war sauknapp. Das war sauknapp. Das war, also das war, wirklich, ne? Hm, ein Drill-Bazir. Nice. Ich glaube, der ist schon drin. Wirkst mal hier. Ich weiß doch, als wir in der Elektro-Ausbildung mit solchen Dingern gearbeitet haben, mit solchen Drillern... Wir können diesen Hatch benutzen. Ja. Hey, guten Tag, Kumpel. Hey, ich will mit dir reden. Hallo? Danke. Wieso bist du erschrocken? Toll, gleichzeitig. Hey, ich habe das gehört. Was ist deine Mautin, Maid? Ja, ja, egal. Gib mir, was ich brauche. Verdammt. Ist das, was passiert in deinem Kopf da? Ja. Was hast du da? Eine Hand. Es ist ziemlich schwer, dass du nichts Arbeit gemacht hast, ohne es. Und du solltest es nicht verloren haben. Beide auf, da. Ich habe dir gesagt, ich habe es nicht verloren. Ich habe es nicht verloren, ich habe es zurückgebracht. Ich habe es dir gesagt, ich habe es nicht verloren, denn ich kann es nicht hier finden. B****. Ich glaube, das ist das, was ich nennen. Ich bin ein Stück von Maschinen. Hör, du kannst dich auf den Kumpel. Was ist denn so stressigend? Wenn du dich zwischen das Gespräch drängelst... ...heftig ey... Schraubenschluss in deine Zelle schmuggeln... ...ja... ...aufwärts in der Welt... ...denk dir mal ab, den Wachhergad... ...ah, ich hätte einen Schraubenschluss bei mir für's Piepsen... ...oh Gott ey... ...ähm... ...scheiße... ...ähm... ...ähm... ...ich guck mal ob ich ihr irgendwas... ...sabotieren, okay... ...ah, sehr gut, jetzt könnte ich das... ...ahhh... ...gustach Sir... ...ha... ...ha... ...sehr gut... ...ha... ...ha... ...woa, wir sind... wir sind zwei gewiefte Verbrecher... ...bewegen? Was kannst du denn da bewegen? ...was kannst du denn da bewegen? Hm... ...ähh... ...eine andere Zelle... ...pfff... ...hä? Schraubenschluss in deine Zelle... ...ähm... ...hä? Ich hab doch... ...ähh... ...warte mal geh du noch mal da... ...hin zu dem... ...ventilationsschacht... ...geh mal zurück... ...ähm... ...hä? ...hä? ...ähh... ...jetzt hab ich den... ...so hätten wir den auch... ...so hätten wir den auch geben können... ...stimmt... ...so ging's auch... ...so oder so ginge... ...ahhh... ...ahhh... ...okay... ...alles klar... ...verstehe... ...hier... ne... ...hhhhh... ...hahh... ...ahhh... ...so kann man's auch machen, ne... ...so umständlich... ...lass aber hier... ...jetzt sind wir... ...jetzt sind wir hier... ...oh-oh... ...ahhh... ...ahhh... Tanzt du da zuerst durch? Du kennst den Drill. Okay. Geh auf die andere Seite und hilf mir. Okay. Hey. Wow. Er hat eigentlich etwas hier verpasst. Danke schön, der Polizist. Der Wache, ich weiß nicht, was du bist. Ich weiß nicht. Oh, fuck. Oh Gott. Ich geh mal zu denen. Ja, genau, genau. Hey, Leute. Es ist ein Problem. Was ist das? Lass mich euch zeigen. Lass mich euch zeigen. Lass mich euch zeigen. Es ist hier. Es ist Dwey. Was ist passiert? Und tschüss. Ähm. Es ist etwas passiert. Ich glaube, es ist ein Kampf. Lass uns gehen. Okay. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Gut lügen, du. Jetzt aber ganz schnell. Mit meiner Zelle eigentlich. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Die ist da. Oh Gott nein 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 nein. Achso. Ich sagte, der��� in mir kurz lüht. mich jetzt was jetzt schon aber ich hab ganz ablenken auch scheiße ich kann grad hier gar nichts machen auf fack auf fack schrei mal so mama so exorcistums und so dafür sind helfen da dass ich das noch so eben gesehen habe da aufm klo schweißen oder wo die kommen nicht auf die idee das klo zu verschieben oder sich drauf zu du wirst ja echt ich muss sagen es ist spannend meine frau eine hübsche frau hast du gerne sie gefällt mir so viel gerne verschackst du mir sie tut mir leid sie heißt übrigens linda so viel gerne so wirst du gerne ich habe jemanden helfen mir in hier wer ist das? sein Name ist vincent er sieht legit sind sicher? ich meine wir beide dachten wir haben wir aufhebieren aber dieser Mann will nicht mehr so gut machen wie ich was? warum? Warum? Ich weiß noch nicht, aber ich werde herausfinden. Okay. Also, wie ist Alex? Es ist sechs Monate. Er erinnert seinen Vater. Scheiße. Ich erinnere ihn, Linda. Hat er herausbekommen? Nein, hör mal. Es ist gut. Er denkt, dass du in Italien in Italien helfen kannst. Ich bin dein Vater. Gut, gut. Ein Problem von Harvey? Keine Angst, er wird uns finden. Und du bist sicher? Ja, ich habe einen neuen Ort. Wir sollten uns sicher sein. Oh Gott. Baby, Baby, hör mal. Wir müssen das durchführen. Hey, warum bist du noch warten? Niemand kommt für dich. Vielleicht hat er nur einen Bus. Ich werde noch mehr warten. Ich habe eine böse Frau. Ja? Carol. Warum bist du hier nicht? Weil ich nach Hause bin, erwähnt unsere Baby. Please. Wir haben darüber gesprochen. Nein, du hast darüber gesprochen. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Du bist in prison. Ich werde bald raus. Listen auf dich, Vincent. Das ist nicht jemand, du bist. Ist das, wie du willst, dein Kind der Zukunft zu erinnern? Nein. Deine Frau ist schöner. Und Liebe. Deshalb haben wir uns hier auch geheiratet. Toll. Kannst du mir tauschen? Nee, tut mir leid. Momentum. Können wir uns hier teilen? Können wir uns hier teilen? Nein. Oh man. Kannst du über den Wind? Da kommt ein Sturm. Ich habe es gemacht. Das ist unser Fenster. Wir gehen heute Abend. Ich bin bereit. Okay. Während eines Sturms fliehen, oder was? Scheint so. Spannend. Mhm. Das hat sich gelohnt, finde ich. Jetzt schon. Warum hängt da ein Farbeimer? Als Deko. Eindeutig Deko. Du hast den Wunsch? Ja. Aber nicht drücken. Okay. Bist du mir schuldig? Du denkst, ich werde das wieder aufhören? Ich hoffe, wir müssen nicht. Es gibt nichts, was zu hoffen. Es passiert nicht. Okay. So weit, so gut. Mhm. Es ist nicht vorbei, bis die fette Lady singt. Oh, sie ist gut. Trust me. Die fette Lady natürlich. Ich will mal spontan hier gucken. Guck mal hier so. Oh, hier gibt's nicht viel. Ich bring mal das hier mit. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen will, aber... Oh. Okay. Oh, da oben. Da oben ist so ein gelbes Gitter. Hast du eigentlich schon Drophäen bekommen, irgendwie? Nein, noch nicht. Ach so, okay. Ähh. Wie du mir an den Arsch gesprungen bist. Natürlich. Meine Frau, ich... Ich hab meine Frau, ich will sie nicht betrügen. Bitte zwing mich nicht dazu. Ich mag meine Frau nicht. Komm, wir tauschen. Nein! Warum nicht? Komm schon. Oh, da ist jemand draus. Oh ja, geil. Toll. Oh ja, geil. Wir können hier weiter. Hier drüben. Ich kann irgendwas treten. Will ich aber nicht. Ach so, das ist verstecken. Okay. 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 Ich hab' ich verraten. Ich hab' ich verraten. Oh. Hier haben wir wieder. Tür. Oh. Oh, hier haben wir wieder. Tür. Nur ein paar mehr, so wie das. Hast du dein Auto gelegt? Nein, noch nicht. Wir reden auch immer nur über dasselbe. Alter ey. Hey Vincent, ja. Sieht das dauer? Ja. That's where we're heading. Alright. Dann taue ich ihn um und du den dann da gleich. Greif da lang. Okay. Hau mal zu. Warte. Warte. So, jetzt will ich dich leichter verstecken. Geht aber nicht. Der ist auch nicht, der ist glaube ich bewusst aus. Ich warte auf den Vogel da mal. Der Vogel. Aber ich glaube, wenn ich den da oben so einfach rumlaufen lassen würde, könnte der uns im Nachhinein Probleme machen. Das könnte sein. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Boah. Ich wollte gerade hochgehen, ey. Schalte ihn aus. Schalte ihn aus. Schalte ihn aus. Sehr gut. Okay. Da. Erstaunend bist du. Okay. Ja. Ich gucke noch, ob ich hier irgendwas machen kann oder soll. Ah. Ja. Over here. Ich komme gleich da. So, jetzt bin ich hier runtergekommen, um dann wieder hochzuklettern oder was? Ja. Hä? Okay. Warte, ich muss auch hoch. Höch mich hoch, Kumpel. Dankeschön. Ja, ich weiß. Es dreht dich auf dich, um dir dann hochzuhelfen. Obwohl ich schon mal oben war. Haha. Sehr gut. So, aber bevor wir hier weitergehen, müssen wir leider einen kurzen Break machen. Oh nein. So, so Cliffhanger, wie es wohl weitergeht. Das war euer Keanu und... Ruffy. Mit Let's Play A Way Out. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschü tschü.